hi und einen wunderschönen guten abend an alle die heute wieder zugeschaltet haben heute gibt es noch keinen ausraster so wie beim letzten video wo ich ein bisschen am ende sehr laut wurde heute wird es ein bisschen tiefgründiger ein bisschen emotionaler weil es soll allgemein um die thematik gehen die hatte ich auch schon mal in dem gespräch mit chris gehabt aber ich dachte mir ich kann dem ganze eventuell auch ein bisschen mehr tiefe und ein bisschen mehr ausbau geben denn heute wird es um das thema gehen warum autos für manche menschen so viel bedeuten und so ein wichtiger teil des lebens sind und auch meine persönliche geschichte wieso liebe ich meinen kleinen alten twingo welchen viele leute sie sehen würden aber auch nur sagen würden was das für eine ranzkiste und halt halt was uns ja du bist ein mann aber was fährst du einen twingo oder sowas man muss halt bedenken es ist jeder hat seine persönliche geschichte wer zur auto community zu den auto enthusiasten wer dazugehört zur auto szene der der fühlt viel mehr mit seinem stück blech mit plastik auf gummiredern als so manch anderer und heute soll es auch ein bisschen darum gehen wieso denn die meisten leute ich würde mal sagen der großteil für die ist das einfach ein stück um von a nach b zu kommen und es ist ja nur ein auto und es bringt mich einfach zum ziel ich kann einkaufen gehen zur arbeit fahren aber manche für manche ist das halt wichtiger und ich meine ich habe wie ich schon in der wildste video erzählt er sagt meine kinder dann autos geliebt der alfa romeo 156 war das auto mit dem alles angefangen hat wo ich mich als kind total so verliebt habe wo das eigentlich voll das dubios aussehende auto ist viele würden sogar gar sagen hässlich aber es hat so einen sweet spot bei mir mit alfa romeo und irgendwann hieß es dann auch sehr ich war letzt in meiner freundesgruppe der keinen führerschein hat ich war der einzige so ich habe mit dem führerschein mit 18 angefangen und es wurde daraus nichts und ich habe nicht für die fahrschule abgelernt und dann gab es geldprobleme und irgendwann gab es dann eine gewisse geldspritze und mit circa habe ich angefangen mit 20 letztes jahr im januar hatte ich dann endlich geld gehabt womit ich sagen konnte ja ich mache jetzt mein führerschein bei einem sehr sehr guten freund von mir großartiger mann großartige fahrschule und ja dann kam es wie es gekommen ist ich habe ja von zwei monaten durchgezogen alles ohne anzugeben also war nicht bestanden praxis theorie null fehlerpunkte reingehämmert ohne ende und das war doch noch geld übrig und dann hieß es ja ich will jetzt natürlich auch ein auto haben meine finanztage sage mal nicht die beste ich bin eine ausbildung welche überbetrieblich finanziert wird also mein geld ist minimal und ich sage mal so fast die hälfte meines monatlichen geldes aktuell geht mein auto raus ja und wenn dann immer so Sachen wie Reparaturen ankommen naja es waren halt so ich war auf der suche mein großvater hat mir empfohlen wie es mit dem renault twingo und ich dachte mir immer so ist doch gar kein passendes auto für mich eigentlich aber es ist günstig im kauf günstig im unterhalt Ersatzzeile findest du wie Sand am Meer und es ist halt leicht zu bekommen eigentlich diese dinger sind überall ist ohne insgesamt über zwei million stück davon verkauft in den also von der ersten generation war totaler erfolg und die dinger findest du für wenig geld überall und dann haben wir einen silbernen gefunden für 1000 euro und mit stoffdach was ich unbedingt dann haben wollte mit dem klappfalt da oben ja es schien perfekt also haben wir dann sind wir hingefahren einen tag bevor ich den führerschein die praktische prüfung gemacht habe und wir haben gesagt so ja wir haben uns den anguckt und gesagt ja wir melden uns wenn ich bestanden habe dann nehmen wir das fahrzeug er sah aus wie geleckt kein rost kein gar nichts sieht aus wie neu 152.000 hatte er zurzeit gelaufen gehabt und es schien perfekt das war das letztes jahr im märz und dann hatte ich meinen führerschein prüfung habe bestanden und dann hieß es ja jetzt wird zeit jetzt muss gekauft werden hingefahren bezahlt bin dann selber mit dem wagen als großvater zurückgefahren so endlich eigene führerschein und am nächsten tag alles gemacht anmeldung versicherung nummernschilder alles ich habe richtig vorfreude und dann hieß es auch nachts fahren wir den wagen dann abholen gesagt getan bin mit dem kollegen nachts hingefahren da war es schon so 9 uhr und haben ihn ungefähr um 18 Uhr losgefahren haben die nummernschilder gemacht ich war voller vorfreude so cool hier sagt das ist jetzt mein auto endlich war ich nicht mal der ohne führerschein der immer rumgefahren werden musste voller vorfreude gewesen voll toll alles und voll schön und voll verliebt ja dann losgefahren nach fünf minuten kam dann auch direkt die allererste polizeikontrolle ich habe halt mit dem golf 7 turbodiesel gelernt mit viel leistung der ist angefahren indem du einfach mal an der kupplung gezogen hast das kannst du auch nicht machen weil da schleifen lässt rückte ab da musst du halt mit gas geben und dann musste ich mich halt erstmal noch dran gewöhnen ging auch relativ schnell aber es war so eine pure überforderung und wir haben erstmal ewigkeiten gebraucht um herauszufinden ob die scheinwerfer macht total genial war das fahren direkt ich wollte auf den hauptstraße auffahren bin fast im zweiten angefahren ich war halt voll nervös noch so erste mal alleine in dem auto und erst mal so wagen voll am wackeln gewesen abgewürgt und hinter einem wagen meines kollegen waren die bullen die polizei war da da wurde ich erst mal wurde ich erst mal rausgezogen ich war voll nervös ich habe so gestottert und so mein dach war auf meine arme aus dem fenster ich war so perplex dass ich das gar nicht alles realisiert habe ich war halt einfach glücklich aber auch ängstlich und wurde auch ein alkoholtest gemacht und so war natürlich nichts aber weil ich halt so voll am stottern war und total überfordert war und ja sind wir weiter gefahren kurz getankt zu dem zeitpunkt habe ich dann auch erst herausgefunden dass das auto gar keine servolenkung hat ich denke mir so irgendwie warum ist der bei niedrigen geschwindigkeiten so schwerer zu lenken so was ist das und ja aber kurz getankt da sind auch ein paar legendäre fotos entstanden die kann ich ja mal einblenden und ja dann wird losgefahren richtung der autobahn sage und schreibe ich glaube zehn bis 15 minuten purer spaß ich erst mal ein paar mal abgewürgt und dann ab auf die piste losgefahren die ganze zeit so gegenseitig überholt so voll spaß endlich habe ich ein auto alles verlustig und dann auf der rechten spur mit 110 kmh hat sich dann der zahnriemen verabschiedet unser fehler war beim kauf auch nicht in das serviceheft zu gucken weil hätten wir da reingeguckt hätten wir sehen können gerissen ich stand auf der autobahnseite war blinker an wir haben die ganze zeit wir wussten ja nicht was das problem ist haben wir versucht mit anschieben alles der wagen wollte nicht mehr zündung ging nix mehr ist ja klar nockenwelle hochgeschlagen ventile gegen kopftichtung alles krumm der motor war immer fratze und hat er ziel gerufen kam dann auch und fragt dann noch so scherz auf welches auto ist denn betroffen da vorne steht mein alter twingo und dahinter der Hyundai Tucson von meinem kollegen hat die mauer ja ratet mal und als ich gesagt habe meiner war das einzige was ich gehört habe gott schütze uns vor sturm und wind und autos die aus frankreich sind danke dafür hat er benzinpumpe meint er bewegt sich nichts mehr wurde ich abgeschleppt bis zum nächsten parkplatz ab da haben wir dann den wagen zu mir gezogen war eine katastrophe war das weil gerade erst das auto bei zwei tagen führerschein und dann hängst du am abschleppseil es war ein albtraum aber ja da konnte ich am nächsten tag mit dem bus zur arbeit fahren und an meinem neuen auto vorbeilaufen haben wir in die werkstatt gebracht zu einem freund von meinem großvater der macht das einfach gerne autos zu reparieren und so er hat eine kleine werkstatt und ja zwei wochen hieß es dann wir können abholen es wurde kein neuer motor eingebaut dieser motor wurde komplett wieder neu aufgebaut neue zylinder neue ventile neue kopfdichtung natürlich neue zahnriemen ölwechsel war das öl sah schon aus die mayonaise der wagen wurde der war zwar von außen wie geleckt aber einmal öldeckel auf da war leberwurst drin ich weiß auch nicht warum wir nicht direkt reingeguckt haben auch im service app stand drin der zahnriemen wurde bei 75.000 gewechselt bei reno musste alle 70.000 gemacht werden und der wagen hatte 152.000 drauf war also nur eine frage der zeit bis er gerissen wäre ist dann passiert alles neu wagen lief ich war der glücklichste mein chef gefahren 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 weitstrecke kurzstrecke ich bin gefahren ohne ende es ist jetzt etwas mehr als ein jahr her und ich habe insgesamt schon jetzt stand jetzt 20.000 kilometer drauf gelegt 172.000 oder 173.000 hat er gerade so viel dazu und ich habe in dieser zeit die schönsten erinnerungen gesammelt es ist viel positives viel negatives passiert aber das auto war einfach immer bei mir so es war ich meine im oktober ist irgendwann die kupplung nachgegeben jetzt ist eine neue kupplung drin selbst davon macht das ausrücklage probleme der steifpunkt der verändert sich manchmal während der fahrt meist das pedal leichtgängig und der steifpunkt ist weit unten wenn das ganze kalt ist ist er weit oben es ist schrecklich aber er fährt und er lebt frischen tüff hat er bekommen im februar ich kann mich nicht beklagen es waren nicht mal viele mängel man würde erwarten bestimmt viele mängel nein der wagen hatte kein rost das einzige was gemacht werden musste waren zwei neue reifen und neue federung fertig und der endtopf musste wieder richtig befestigt werden da hat sich eine klammer von belast das war es scheinwerfer sind jetzt ein bisschen schicker ja und er lebt und ich liebe ihn über alles und ohne diesen kleinen wagen würde es mir bei weitem nicht so gut gehen deswegen man man entwickelt eine emotionale bindung zu seinem auto und das ist das ist so was schönes was so viele leute nicht verstehen weil für viele ist das der letzte zuflugsort es gibt so viele die vorm aussteigen bleiben sie noch fünf minuten sitzen und um alles zu verarbeiten was am tag war und es ist so der auto das auto ist ein rückzugsort und einfach gas geben schalten das ist so was du hast was zu tun du hast du hast action musst dich konzentrieren es ist so wie so therapie für mich persönlich ist es wie therapie und es wird bei weitem wie ich schon gesagt habe ich es würde mir nicht so gut gehen wenn ich diesen wagen nicht mehr hätte und was ich alles für phasen mit dem durchleben hatte wo er mal zum teil blau war wo ein autounfall passiert ist wo mich jemand ins auto gefahren ist weswegen ich auch gestern eine gerichtsverhandlung hatte alles abgeschlossen aber es ist so viel passiert in dieser zeit es ist immer so ein begleiter und ich hatte viel streit im leben mit vielen leuten es ist viel viele satz ich bin sehr persönlich und emotional ich rede offen immer so was es ist sehr sehr viel passiert aber das auto war immer da und das gebe ich auch nicht mehr her es wird in der nächsten zeit oder in den nächsten monaten einiges auch mit dem auto passieren thematiken wie tiefer bisschen lauter andere felgen keine radkappen mehr so richtig schicke felgen ja es wird einiges noch passieren und dieser weg ist noch lange nicht vorbei und auch davon werden videos kommen das kann ich schon mal ankündigen wenn der wagen tiefer und lauter wird und das war ein bisschen wie so ein projekt wird dann es wird alles dokumentiert werden und da wird noch viel kommen weil dann werden es auch die finanzen erlauben ja und ein auto ist einfach darauf will ich hinaus ein auto ist ein dauerhafter begleiter es ist immer mit einem dabei es ist ich kann das gleiche wort fassen wie schön es eigentlich ist dein auto zu lieben und alles in allem ist das ein hobby für so viele und eine therapie für so viele und die szene ist groß die community ist groß größen wie jp performance gar nicht mal weit weg von mir war ich jetzt auch schon öfter und es ist so du triffst dort menschen welche die gleiche leidenschaft teilen dass es egal ob es bei musik ist oder bei autos oder ob du feuer alarm sammelst es ist komplett egal es ist einfach was schönes in einer community zu sein und ein hobby zu haben und etwas zu haben was jemand liebt und viele würden das vielleicht nicht verstehen mit autos aber wenn ihr jemanden kennen lernt das kann ich auf den weg geben und diese person ist ein auto fanatiker könnte man sagen dann es gibt viele die es komisch finden die dann sagen was ist los mit dir es ist viele verstehen es nicht aber wir verstehen es und es ist es ist etwas sehr sehr weit verbreitetes und etwas auch äußerst normales das ist einfach das was ich erzählen wollte danke falls ich immer diese kleine geschichte anhören wollte das ist jetzt vielleicht nicht das contentreichste video bis jetzt aber ich wollte es einfach mal losgeworden haben und einfach mal erzählt habe deswegen danke sehr bis zum nächsten mal